Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, mir scheint ich steck fest Hunde können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern Können wir jetzt endlich den Baum fällen? Nein, wir rufen jetzt den höchsten Rettungsservice im ganzen Land Okay, ich bin schon unterwegs Das ist Frau Mümmel mit ihrem Rettungshubschrauber Hallo alle zusammen, retten wir mal wieder unseren Knirpsi Ähm, wer fliegt jetzt eigentlich den Hubschrauber? Ups, ich Dummerchen, ich stell mal schnell den Autopiloten an Autopilot angeschaltet, einen schönen Tag noch Mit einem Autopilot fliegt der Hubschrauber von alleine Hab ich dich, du kleiner Schlingel Frau Mümmel hat Knirpsi gerettet Hurra! Dankeschön, Frau Mümmel, dass Sie meinen Knirpsi gerettet haben Hab ich gern gemacht Dankeschön auch für unsere Rettung Ich mache nur meine Arbeit Wiedersehen Äh, haben Sie nicht etwas vergessen? Was? Oh ja, meinen Hubschrauber Auf Wiedersehen alle zusammen Auf Wiedersehen Du bist wirklich eine freche Schildkröte Äh Oh gut, du bist jetzt müde Ab in deine Kiste Schlaf schön, Knirpsi Knirpsi hält jetzt Winterschlaf Im Frühling wird er wieder aufwachen Pssst Sie scheint verkehrt herumzuliegen Ich drehe sie mal um So Doktor Hamster hat der Eidechse geholfen Hurra! Oh, schon wieder ein neuer Notfall Hallo? Hallo? Opa Wutz ist hier am Apparat Opa Wutz ist mit seinem Boot draußen auf dem Meer Es geht um Polly Mein Papagei scheint krank zu sein Oh, Papagei krank Ich bin gleich da Guck Polly Da kommt die fliegende Tierärztin Wo landen wir denn hier überhaupt? Das ist ein Wasserflugzeug, Pepper Wir können auf dem Wasser landen Wir können auf dem Wasser landen Boah! Hallo! Pepper! George! Hallo Opa Wutz! Wir sind alle gekommen, um Polly zu helfen Seit wann geht es Polly denn schlecht? Seitdem wir mit dem Boot rausgefahren sind Aha! Ich glaube, ich weiß, was Polly fehlt Sie ist seekrank Bringt sie wieder ans trockene Ufer Je eher, desto besser Da ist eine Insel Da sind wir schon Besser, Polly? Ah, besser, Polly! Hurra! Polly fühlt sich putzmunter Oh, doch nicht schon wieder ein Notfall Hallo? Hallo! Hier spricht Papa Wutz Papa Wutz ist in seinem Büro Auf unserem Dach sitzen ein paar Entenküken Ich bin schon unterwegs Boah, gut, dass sie gekommen sind Bitte Platz machen Dr. Hamster ist da Frau Ente hat ihre Eier dieses Mal auf unser Dach gelegt Und nun sind die Entenküken ausgeschlüpft Wer kann gut ein Quackgeräusch machen? Ich, ich kann wirklich sehr, sehr gut quacken Peppa, dann Quackmoll Und die Entenküken werden dir folgen Quack, Quack, Quack Limonade, die liebe ich Mh, schmeckt lecker Nehmen Sie Platz Haben Sie Hunger? Ich habe immer Hunger Kein Problem, wir machen was zu essen Herr Känguru will das Essen auf einem Grill zubereiten Möchte jemand Maiskolben? Lecker! Vielleicht sollten wir zu Hause auch mal grillen Moment mal, aber wir sind ja hier zu Hause Los, komm Katinka Lass uns im Garten spielen gehen Wir können mein Lieblingsspiel spielen Es heißt im Matschepfitzen auf- und abhüpfen Hüpfen finde ich auch toll Zuerst müssen wir eine Matschepfitze finden Oh, aber es gibt ja gar keine Matschepfitzen Der Boden ist zu trocken für Matschepfitzen Ich wünschte, es würde regnen Wenn es nur nicht regnet Also wir lieben Regen Bei uns regnet es fast nie Also wenn Sie sich hier in unserem Land Regen wünschen Müssen Sie nur grillen Wir können aber trotzdem ein bisschen hüpfen Schosch ist wirklich ziemlich gut im Hüpfen Aber ich kann es noch besser Schau mir mal zu Genau so musst du es machen Und jetzt bist du dran, Katinka Ja gut Kängurus können wirklich sehr hoch springen Boah! Da kommt Luisa Löffel Hallihallo Luisa Das ist meine Freundin Katinka Hallo Katinka Was spielt ihr gerade? Wir spielen gerade Hüpfen Kaninchen sind die besten Hüpfer Schaut mal Das war schon gut, Luisa Aber du bist lange nicht so gut wie meine Freundin Katinka Na los, spring nochmal Ja? Aber ich will nicht angeben Na mach schon Na gut Oh, das ist hoch Opas kleine Lok macht Tuff, Tuff, Tuff Tuff, Tuff, Tuff Tuff, Tuff, Tuff Opas kleine Lok macht Tuff, Tuff, Tuff Den ganzen Tag Frau Mümmel bringt die Erwachsenen mit ihrem großen Zug zur Arbeit Guten Morgen, Opa Wutz Sind Sie wieder mit Ihrem Spielzeugzug unterwegs? Meine Gertrud ist kein Spielzeug Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive Oh, wie reizend Tschüss Los, fahr schneller, Opa Wutz Aber wie? Schneller geht es nicht Gertrud gibt doch schon alles Der große Zug fährt sehr schnell Oh je Der große Zug hat eine Panne Was ist passiert? Wir müssen doch zur Arbeit Hallo Frau Mümmel Haben Sie etwa Probleme mit Ihrem Zug? Das ist überhaupt nicht lustig, Opa Wutz Alle meine Passagiere müssen zur Arbeit Sie müssen sich einen Zug besorgen, der keine Panne hat Wie meine Gertrud Das ist eine gute Idee Raus mit Ihnen Was? Ich borge mir Ihren Zug Und umsteigen bitte Und was wird jetzt bitte aus mir? Sie könnten doch so lange den großen Zug reparieren In Ordnung Ich liebe es, Dinge zu reparieren Oh, wie spaßig Ich fahr im Spielzeugzug Gertrud ist kein Spielzeug Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive Natürlich Achtung, der Spielzeugzug fährt los Kann der Zug nicht etwas schneller fahren? Nein Gertrud ist ein langsamer Zug An der nächsten Station wartet Frau Kuh Was ist denn mit dem großen Zug passiert? Ist der geschrumpft? Nein Dies ist ein Spielzeugzug Opas Gertrud ist kein Spielzeugzug Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive Papa Wutz Du müsstest hier wirklich dringend mal putzen So schlimm sieht es nicht aus Aber da sind überall Spinnenweben Ich mag Spinnenweben Sie geben dem Raum Charakter Wo Spinnenweben sind, sind auch Spinnen Ich kann Spinnen überhaupt nicht leiden Ich schon, denn Spinnen fangen fliegen Und ich finde Fliegen grässlich Gut, aber nur solange mir keine Spinne unter die Augen kommt Eine Spinne Schönen guten Tag, Herr Spaghettibein Oh, wo bist du denn hin? Findet ihn Ich will ihn nicht im Haus haben Alle suchen Herrn Spaghettibein Herr Spaghettibein ist nicht im Aktenschrank Oh Herr Spaghettibein ist nicht unter dem Hocker Oh Herr Spaghettibein ist nicht auf dem Tisch Oh Ich frage mich, wo Herr Spaghettibein steckt Ah Das klingt, als ob Mama Wutz ihn gefunden hat Keine Angst, Mami Weg, schafft ihn raus Na gut Dann nehmen wir Herrn Spaghettibein mit in den Garten Jetzt hat Herr Spaghettibein den ganzen Garten zum Spielen Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein Es fängt an zu regnen Herr Spaghettibein rennt zurück zum Haus Vielleicht mag er den Regen nicht Er klettert im Regenrohr hinauf Klitzekleine Spinne läuft im Rohr hinauf Fällt der Regen runter Spürt sie wieder raus Kommt die liebe Sonne Wimmt alles wieder auf Klitzekleine Spinne läuft gleich wieder rauf Ich möchte Herrn Spaghettibein nicht im Haus haben Papa Wutz Dann bringen wir Herrn Spaghettibein ein bisschen weiter in den Garten Ich war da nicht hoch Schorsch ist noch zu klein, um alleine mitzufahren Oh, also gut Dann lass uns schnell fahren Oh, ihr werdet allerdings schnell fahren Schorsch hat seine Meinung geändert Oh, armer Schorsch Komm zu Mami Ich steig dann auch mal schnell aus Und ab die Post Viel Spaß, Papa Wutz Oh, es hat gestoppt Ich bin froh, dass es vorbei ist Oh, das ist himmlisch Wui 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 Das war ein Spaß Findest du nicht auch, Papa? Oh, ja Ein toller Spaß Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch Und was passiert dann? Luzi Jetzt bist du eine Tomate Guckt Ich bin eine Möhre Oh, ja Und ich bin ein Kürbis Willkommen im Dinosauriergarten Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde Ihr braucht keine Angst zu haben Sie sind ja nicht echt Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen Als sie zusammen die Erde bewohnt haben Das stimmt nicht Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit Der Stegosaurus dagegen im Jura Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger Und nun denn Wer von euch möchte gerne reiten? Ich, ich Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Ähm, Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern Nein Wie auch immer, Kinder lieben Dinosaurier Sousia Sousia Ich mag Regentage nicht so gerne Ich mag sie, denn hinterher gibt es schöne Matschepfützen zum Reinspringen Gute Idee, Peppa Wutz Wir gehen gleich nach draußen Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen Wann hört es denn auf? Komm, wir hören den Wetterbericht an Hier ist der Wetterbericht Heute regnet es den ganzen Tag Oh Ich finde, wir sollten das Regentagsspiel spielen Was ist das Regentagsspiel? Ich zeige es euch Ich nehme diese Quietscheente und verstecke sie so, dass ihr sie sehen könnt Meinst du, dass ihr sie findet? Papa, wenn wir sie sehen können, hast du sie doch überhaupt nicht versteckt Schaut mal her Ich verstecke die Ente hier und ihr sagt mir, wo sie ist Da Vollkommen richtig Das ist zu einfach, Papa Es bleibt aber nicht so einfach, Peppa Wer von euch möchte anfangen? Weil das Spiel Baby-Eier leicht ist, kann Schorsch ruhig anfangen Na gut, dann wartest du hier Papa Wutz sucht einen guten Platz für die Quietscheente Die Ente ist irgendwo im Kinderzimmer Schorsch sucht die Quietscheente Aber sie ist gar nicht so leicht zu finden Schorsch, du kannst sie sehen Streng mal deine Augen an Schorsch strengt seine Augen an, um die Quietscheente zu finden Es wird schon wärmer Kälter Ganz warm Schorsch hat die Quietscheente gefunden Hurra! Ich habe sie sofort gesehen Dieses Spiel ist zu einfach Mal sehen, Peppa ist dran Jetzt verstecke ich die Ente mal Mama Wutz sucht ein Plätzchen für die Ente, damit Peppa sie suchen kann Bagger, Bagger Da sind Herr Bulle und seine Freunde Herr Bulle ist gekommen, um das neue Haus zu bauen Baust du es denn nicht selber, Papa? Ich habe den Entwurf gemacht Herr Bulle muss nur meinen Anweisungen folgen Guten Tag, Herr Wutz Was soll es werden? Parkplatz? Ein Schwimmbad? Raketenstation? Ein Haus Können Sie es genauso bauen wie dieses hier? Nur größer Herr Wutz möchte ein Haus Soll es aus Stroh gebaut werden? Oder aus Holz? Oder aus Steinen, Herr Wutz Aus Steinen, bitte Wie Sie wünschen Und was ist mit der Schaukel? Die Schaukel bauen wir natürlich auch Kann ich helfen? Schorsch will auch helfen Na klar, Schorsch Klatsch doch mal einen Klecks Mörtel genau dahin Das sieht aus wie Blubbermatschepampe Mörtel ist eine ganz spezielle Matschepampe Sie klebt nämlich Steine zusammen Peppa, möchtest du den ersten Stein mauern? Ja, sehr gerne Gut gemacht Ich mach den Rest Steine muss man gerade und gleichmäßig bauen Seht ihr? Reihe für Reihe Das dauert aber ewig Genau Und wirst du heute damit fertig? Oh nein Man kann kein Haus an einem Tag bauen Ich brauche dafür Bis morgen Gut Bis morgen, Herr Bulle Wiedersehen Tschüss Schorsch hat den Klebematschen geklatscht Und ich hab den Stein drauf gemauert Das klingt alles sehr aufregend So, jetzt macht die Augen zu und schlaft Und das heißt, wir feiern alle Länder auf dieser Welt Hurra Peppa ist Frankreich Ich bin Frankreich Schorsch ist Russland Pedro ist Amerika Zoe ist Japan Konnichiwa Luzi ist Holland Hallo Wir wollen Frieden Wir wollen Frieden für die ganze Welt Wir hier wollen Freunde sein Wunderschön Amerika Amerika Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten Ich baue Ich baue jetzt eine riesige Sandburg Jippie Da kommen Holland und Japan Ähm Jetzt sind wir mal dran im Sandkasten zu spielen Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus Wir wollen aber viel lieber hier bleiben Heute haben wir einen besonderen Gast Und er spielt mit euch Basketball Oh Hallo Papa Es ist noch nicht Abholzeit Zu uns kommt heute erst noch ein Basketballlehrer Das bin ich Ich bin euer Coach Einen Basketballlehrer nennt man Coach Oh Gut gemacht, Papa Peppa Nenn mich Coach Okay, Papa Coach Kann denn einer von euch schon Basketball spielen? Nö Es macht Spaß Ihr müsst rennen Den Ball titschen Und in den Korb werfen Boah Baby-Eier leicht Oh Es ist nicht so einfach, wie es aussieht Um gut in Basketball zu sein, muss man hart trainieren und sich fit halten Sind Sie denn fit, Papa Coach? Ja, ich bin super fit Aber Papa Coach, du hast ein dickes Bäuchlein Dieses Bäuchlein sind pure Muskeln Zuerst spielen wir mal den Ball von hier nach hier Das krieg ich wohin? Nein, Klausi Doch nicht mit deinen Füßen Das ist Fußball Klausi Kleff mag Fußball Beim Basketball titscht man den Ball mit seinen Händen Seht mal her Wer möchte es mal probieren? Ich, ich, ich Luzi Locke titscht den Ball sehr vorsichtig Gut gemacht, Luzi Jetzt probiert es alle aus Alle üben, den Ball titschen zu lassen Und jetzt zeige ich euch Angreifen Was ist Angreifen? Angreifen heißt, einem anderen Spieler den Ball abzunehmen Schaut her Versuch ihn mir abzunehmen, Schorsch Schorsch ist sehr gut im Angreifen Das ist genau der richtige Tag zum Faulenzen Papa Wutz liebt es zu Faulenzen Besser geht's doch nicht Ah, doch, mit einer Tasse Tee Opa Wutz will Peppa und Schorsch besuchen Opa Wutz Apollon Hallo, Peppa und Schorsch Heute lege ich mit euch euren eigenen Blumengarten an Oh, ein Garten für Schorsch und mich Ich habe ein Päckchen Blumensamen für jeden von euch Und jetzt brauchen wir einen schönen, sonnigen Platz Um eure Samen einzusehen Wunderbar Opa Wutz gräbt Peppas und Schorschs Garten um Ah, Tee für die Arbeiter Dankeschön, Papa Wutz Äh, was geht hier vor? Wir machen hier unseren Blumengarten Brauchen wir denn einen Blumengarten? Ja! Hier habe ich gerade auf meinem Stuhl gesessen Es gibt wichtigere Dinge als Stühle, Papa Wutz Aber ich sitze hier immer und lese meine Zeitung Aber natürlich gibt es viel wichtigere Dinge als Zeitungen, Papa Ja, Blumen zum Beispiel Guck mal, Papa Peppa hat viele kleine Blumensamen Schorsch hat nur einen Blumensamen Oh Aber es ist ein ziemlich großer Samen Könntest du uns etwas Wasser bringen, Papa Wutz? Hm, na gut Samen brauchen sehr viel Wasser Sie sind nämlich sehr durstig Ein paar Vögel kommen angeflogen Du musst gut aufpassen, dass sie nicht die Samen auffressen Husch, husch, fliegt schnell weg, ihr Vögel Hier ist das Wasser Papa hat die Vögel weggescheucht Hoho, Papa Wutz sieht auch aus wie eine Vogelscheuche Peppa, Schorsch, kommt baden Das ist deine Seite und das ist allein meine Seite Komm nicht über die unsichtbare Linie Die passt Guten Tag, Herr Zebra Guten Tag, Papa Wutz Ich habe Briefe für Sie dabei Sind das auch Briefe für mich und Schorsch? Hm, ich fürchte nein Alle für Mama und mich Oh Es gibt auch noch ein Paket Das ist sicher der Stahlbeton, den ich bestellt habe Guck mal, die vielen Briefmarken Die sind da drauf, weil es von sehr weit herkommt Und tschüss Wiedersehen Oh, hier steht, das Paket ist für Peppa und Schorsch Yippie Guck mal, Mama Ein Paket für Schorsch und mich Oh Da ist auch ein Brief dabei Hallo, Peppa und Schorsch Dieses Paket ist für euch beide Alles Liebe von Tante Dottie Tante Dottie lebt sehr weit weg in einem anderen Land Oh, was ist in dem Paket? Es hat Räder Auto Nein, kein Auto, Schorsch Denn es hat Beine Es ist ein Tisch Es hat ein Schwänzchen Oh, Tische haben keine Schwänzchen Und hier ist auch noch ein Griff Was ist das denn bloß? Da ist noch etwas in der Kiste Ein Spielzeugpferd Und ich nenne es Glitzerfuß Hatte Hü Glitzerfuß Hatte Hü Nein, Glitzerfuß Hatte Hü Denkt daran, Kinder Tante Dottie hat das Paket an euch beide geschickt Ihr müsst es euch teilen Teilen macht doch Spaß Kann ich zuerst mit Glitzerfuß spielen? Lass Schorsch zuerst damit spielen Er ist der Jüngste Hatte Hü, Hatte Hü Schorsch spielt sehr gern mit Hotte Hü Schorsch, das Pferd heißt Glitzerfuß Nicht Hotte Hü Und jetzt ist Pepper dran Saurier Auch in der Badewanne spielt Schorsch gern mit seinem Dinosaurier Und nachts nimmt Schorsch seinen Dinosaurier mit ins Bett Dinosaurier Grrrr Schorsch, dein Dinosaurier ist ja kaputt Oh Der Dinosaurier hat keinen Schwanz mehr Armer Schorsch Du hast den Dinosaurier auch schon sehr lange Ein Wunder, dass er so lange gehalten hat Vielleicht ist es mal Zeit für einen neuen Dinosaurier Ja, wir gehen morgen zusammen in den Laden von Herrn Fuchs Das ist der Laden von Herrn Fuchs Im Laden von Herrn Fuchs gibt es einfach alles Hier finden wir bestimmt einen schönen neuen Dinosaurier für dich, Schorsch Schorsch möchte keinen neuen Dinosaurier Guck Schorsch, ein Riesendinosaurier Boah, Saurier Guten Morgen, was kann ich für euch tun? Wir möchten den Dinosaurier aus dem Schaufenster Aber gerne Gute Wahl, das ist der Dinomat Er brüllt, er läuft Außerdem kann er ein Dinosaurierlied singen Dinomat, Dinomat, hör mal wieder, Dinomat Boah Rausimat Wir nehmen ihn Schorsch spielt im Garten mit dem Dinomat Spiel nicht so wild mit dem Dinomat, Schorsch Er hat bewegliche Teile, die können kaputt gehen Schorsch kann mit dem Dinomat nicht im Garten spielen Schorsch möchte mit dem Dinomat in der Badewanne spielen Schorsch, wenn der Dinomat nass wird, funktioniert er nicht mehr Schorsch kann mit dem Dinomat nicht in der Badewanne spielen Hallo, Petro Hallo, everybody Willkommen in meinem Cowboy Camp Jeha Das ist ein Zelt Das ist ein Cowboy Camp Wo Cowboys die Nacht drin verbringen Übernachtest du denn heute Nacht da drin? Ähm, nein Das ist mir doch ein bisschen zu gruselig Aber wir können ja so tun, als wäre Nacht Aber es ist jetzt nicht Nacht Stellt euch vor, die Sonne wäre der Mond Okay Petro, sind wir denn jetzt auch Cowboys? Klar, ihr könnt ja meine Kumpels sein Ist mein kleiner Cowboy hungrig? Klar bin ich das, Ma Das war echte Cowboys-Sprache Habt ihr Cowboys und Cowgirls denn vielleicht auch ein bisschen Hunger? Ja, haben wir, Ma Zählten denn auch richtige Cowboys immer in der Nähe von ihrer Mami? Nein, du musst so tun, als ob das Haus überhaupt nicht da wäre Dies ist der Wilde Westen Was ist das? Der Wilde Westen ist das Land, in dem die Cowboys leben Und was machen Cowboys so? Sie erzählen sich Geschichten, essen Bohnen und singen Lieder Bohnen mit Toast für alle Cowboys Hurra! Cowboys lieben Bohnen auf Toast Alle lieben Bohnen auf Toast Wer will ein Cowboy-Lied hören? Kannst du denn ein echtes Cowboy-Lied singen? Ja, hab ich mir selber ausgedacht Hört mal her Ich bin ein echter Cowboy und ich esse kein Bohnen-Toast Mit nem Bing, mit nem Bung, mit nem Buh Bohnen-Toast Bing, Bohnen-Toast Buh Bohnen-Toast Bingeli-Bongeli-Buh Bohnen-Toast Bing, Bohnen-Toast Buh Bohnen-Toast Bingeli-Bongeli-Buh Mögen Oma und Opa denn Antiquitäten? Was sind Antiquitäten denn? Antik bedeutet alt und selten Normalerweise ja Meine Antiquitäten sind ganz neu Diesen Stuhl hier hab ich zwölfmal Ist das nicht toll? Ist der aus Eichenholz? Genau, der Stuhl ist aus Plastikeichenholz Ist der denn auch bequem? Kommen Sie da bloß runter Auf Antiquitäten darf man nicht sitzen Und was macht man dann damit? Man schaut sie an Das macht aber keinen Spaß Noch nicht mal, wenn man erwachsen ist Ein Geschenk für Oma und Opa zu kaufen Ist wirklich nicht einfach Ich verstehe das nicht In meinem Geschäft gibt's einfach alles Es muss doch was zu finden sein Ist es auch Mir gefällt dieser Teddy Und ich glaube Oma und Opa Wutz mögen ihn auch Dann kaufen wir den Teddy Eine sehr gute Wahl Und wer bezahlt? Ein Cent und zwei Knöpfe Und ein Knopf als Wechselgeld Dankeschön, Herr Fuchs Alle bringen Oma und Opa Wutz die Geschenke Oma Wutz Opa Wutz Hallo meine Kleinen Alles Gute zum Hochzeitstag Oh, schon wieder eine Glasvase Das ist ein Erwachsenengeschenk Deshalb ist es etwas langweilig Sie gefällt mir Wir tun sie einfach zu den anderen Glasvasen Schorsch und ich haben auch ein Geschenk gekauft Hoffentlich gefällt es euch Ein Teddybär Für Opa und mich Dankeschön, Pepper und Schorsch Man kann ihn sehr gut knuddeln Hat er einen Namen? Ähm, ähm Also er heißt Eddie der Teddy Und was isst Eddie am allerliebsten? Schokolade und Brokkoli Das ist das beste Geschenk Das wir je bekommen haben Oh ja, aber wenn Eddie hier bei uns leben soll Braucht er Kinder, die mit ihm spielen Wir zwei können mit Eddie spielen Ihr bringt eure Austiere mit Und das beste Tier bekommt einen Preis Ich bring mein Haustier Goldfisch mit Ich bringe meine Stabschrecke mit Ich komme mit meinem Gekko Ich bringe Äffchen mit Das ist kein Haustier Das ist ein Stofftier Das ist kein Stofftier Das ist Äffchen Er mag Hunde, Klausi Bring Äffchen ruhig mit, wenn du willst, Zoe Und jetzt ab nach Hause Und vergisst morgen nicht die Haustiere für den Wettbewerb Es ist der Abend vor dem Haustierwettbewerb Pepper und Luzi kümmern sich um Goldi Ist nur Goldi Du hast einen großen Tag vor dir Ich poliere nochmal dein Glas Wunderbar Pedro spricht mit seiner Stabschrecke Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten Das beste Haustier wird einen Preis bekommen Das bist bestimmt du Edmund Elefant spricht mit seinem Gekko Guck mal hier Und jetzt bist du dran Zoe Zebra spricht mit Äffchen Bist du schon aufgeregt vor dem Wettbewerb, Äffchen? Du musst morgen also ganz brav sein Sei bloß kein Frechdachs, Äffchen Heute ist der Haustierwettbewerb Madame Gazelle, wer entscheidet denn, welches Haustier das Beste ist? Dr. Amster Hallo zusammen Hallo Oh, was habt ihr da für niedliche Haustiere? Was für ein glücklicher kleiner Fisch Wie heißt er denn? Das ist Goldi Die kennen sie schon Und sie hat ein sehr glänzendes Glas Was macht Goldi denn den ganzen Tag? Sie schwimmt gerne herum Und dabei macht sie immer Hast du alle Sachen eingeparkt? Ich hab an alles gedacht Duftkerzen, Yoga-Musik, Kissen und genug zu essen für mindestens drei Tage Keine Panik, keine Panik Hallo da drin, wir bekommen ein Kaninchen Hallo Schwester Was machst du denn hier? Ich kriege ein Baby, weißt du noch? Oh ja, dann komm mal besser mit Kann ich denn auch mitkommen? Sie müssen bitte erst das Auto parken Aber keine Sorge, ein Baby zu bekommen braucht immer so viel Zeit Alle Mann aus dem Weg Meine Schwester bekommt ein Baby Ein Teekessel und ein Haufen Handtücher Das sollte ja wohl für einige Tage reichen Oh, wo soll der ganze Krempel hin? Zurück ins Auto Wir brauchen ihn nicht mehr Was? Papa, jetzt hast du die Geburt verpasst Wirklich? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Beides Wir haben nämlich Zwillinge Oh, toll Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause Hallo, können wir bitte die Zwillinge sehen? Ja, natürlich, Peppa Sind es Jungen oder Mädchen? Na, beides Ein Junge und ein Mädchen Sie heißen Lotte und Laurens Also habt ihr doch beide Namen genommen? Ja Lotte Löffel und Laurens Löffel Das sind die besten Namen der Welt Und wir haben sie uns ausgedacht Echte Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben Edmund Elefant kennt sich mit Dinosauriern aus Er ist ein Schlauberger Wir haben etwas besseres als echte Dinosaurier Wir haben singende Dinosaurier Wir sind Dinosaurier, Saurier, Saurier Wir sind Dinosaurier, Peppi hat gebrannt Aber die sind klein Ja, eigentlich sind Dinosaurier doch sehr groß Oh ja, wir haben einen sehr großen Dinosaurier Einen echten Brummer Möchtet ihr den mal sehen? Ja, gern Das hier sind seine Fußspuren Wir müssen ihnen nur folgen Oh Diese Fußspuren sehen sehr echt aus Bist du sicher, dass hier keine richtigen Dinosaurier leben, Opi Mümmel? Ziemlich sicher, Papa Wutz Über die Felsen alle wand Über die Brücke Durch die Höhle Oh, die Fußspuren haben aufgehört Schaut mal, da geht eine grüne Treppe hoch Eine Riesenrutsche Hui Hui Boah, das ist ein Dinosaurier Ja, das ist meine monstergroße, riesigartische Saurier-Rutsche Das ist mal ein Dinosaurier Er ist ein Brontosaurus Genauer gesagt, handelt es sich hier um ein Apatosaurus Und du bist wohl ein kleiner Schlauberger Ja Und Peppa, Schorsch und Luisa Löffel spielen Schweinchen in der Mitte Fang, Peppa Fang, Luisa Schorsch ist das Schweinchen in der Mitte Oh, Schorsch versucht den Schatten des Balls zu fangen Dummer Schorsch, das ist doch nicht der Ball Das ist bloß sein Schatten Guck Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten Du hast auch einen Schatten, guck Schorsch Schorsch versucht seinem Schatten davon zu laufen Du kannst deinem Schatten nicht davonlaufen Du musst rennen, um ihm loszuwerden Peppa versucht ihrem Schatten wegzurennen Oh, er ist ja noch da Hallo alle zusammen Hallo Luzi Wir versuchen gerade unseren Schatten davon zu laufen Aber niemand kann doch seinem Schatten davonlaufen Oh, dazu braucht ihr einen Roller Hui Luzi Luzi versucht ihrem Schatten davon zu fahren Seht ihr? Aber dein Schatten ist immer noch da Oh Hallo zusammen Da kommt der Elefant mit Emily und Edmund Hallo Wir versuchen gerade unseren Schatten davon zu laufen Man kann niemals seinem Schatten davonlaufen Ich weiß Wir sind einfach nicht schnell genug Nein Luzi, es hat nichts damit zu tun, ob du schnell läufst oder nicht Siehst du, mein Schatten ist und bleibt unter mir Renn schneller Selbst wenn ich noch schneller renne, bleibt mein Schatten unter mir Papa, dein Schatten ist zu riesig Der bremst dich einfach Du irrst dich, Emily Dein Schatten bleibt immer bei dir Warum? Wenn Sonnenstrahlen auf etwas drauf treffen Dann macht das einen Schatten Seht her Ah 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 Das Postauto Es ist Herr Zebra, der Postbote Guten Tag, Frau Kleff Ich habe eine Postkarte für Sie Dankeschön, Herr Zebra Tschüss dann Von wem ist die Postkarte denn, Mami? Sie ist von Käpt'n Kleff Papi Er schreibt, dass er seine Weltumsegelung beendet hat Und jetzt nach Hause kommt Oh Wie aufregend Wann wird er wohl zurück sein? Ahoy auch, Herr Zebra Hallo, Käpt'n Kleff Hallo Papi Klausi Papi Klausi Papi Papi Captain Kleff ist wieder an Land Mein Käpt'n Kleff Mama Kleff, mein Herzensschatz Für wie lange bleibst du jetzt hier, Papa? Für immer Ich habe beschlossen, das Reisen sein zu lassen Ich habe die Welt gesehen und ich habe mein Glück gemacht Oh Und wieder verloren Oh Und wieder gefunden Hurra Ich liebe das Reisen Aber es gibt etwas, das ich wirklich vermisse, wenn ich vor Ort bin Was denn, Papa? Natürlich meine Lieblinge Darum hänge ich meine Kapitänsmütze mal an den Nagel Ich erzähle euch nun alles über meine vielen Reisen Ich war wieder einmal eine Ewigkeit unterwegs Segelte rund um die Welt Einmal ganz rum? Jo Was passierte, als du ganz unten warst? Bist du runtergefallen? Nein, ich fuhr hart am Wind Boah, was für ein Abenteuer Das war es Und ich habe euch allen Geschenke mitgebracht Oh Papa und ihre Familie haben einen herrlichen Ausflug in die Berge gemacht Zeit für die Heimfahrt Abmarsch ins Auto Ich hoffe, dass sie die wunderschöne Aussicht hier genießen konnten Danke für den Besuch Schüssel, Schüssel Nein, Schorsch Mit dem Autoschlüssel kannst du nicht spielen Sonst verlierst du ihn Ah Du spielst aber mit dem Autoschlüssel, Papa Aber ich bin erwachsen und deshalb verliere ich ihn nicht Oh je Papa Wutz hat den Autoschlüssel in den Gully fallen lassen Oh Fertig Und ab nach Hause Ähm Das könnte vielleicht schwierig werden Weshalb? Papa hat den Autoschlüssel in den Gully da fallen lassen Oh Papa Wutz Nicht aufregen Ich hole den Autoschlüssel wieder heraus Mit diesem Stock Hurra Der Gully ist wohl tiefer, als ich gedacht habe Der Stock ist zu kurz, um an den Schlüssel zu kommen Was wir jetzt brauchen, ist eine Angelrute Mit dem Haken können wir den Schlüssel rausfischen Vielleicht verkauft Frau Mümmel ja Angeln Äh, verkaufen Sie Angeln? Das tue ich allerdings Ich weiß nicht warum Hier in den Bergen können Sie eigentlich nicht fischen Wir fischen auch keine Fische Wir fischen nach Schlüsseln Mein Papa hat den Autoschlüssel da in den Gully reinfallen lassen Oh, den kriegt er da nie wieder raus Der Gully ist wirklich tief Wozu braucht man Gullis? Durch die Gullis fließt das Regenwasser ab und dann zum Meer Die Angelleine ist nicht lang genug, um den Schlüssel zu erreichen Oh je, Mine Wie tief ist dieser Gully denn? Probieren wir mal aus, wie tief er ist Mit diesem Stein Gute Idee, Frau Mümmel Wir können zählen, wie lange der Stein braucht Bis er ganz unten ist Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Papa Wutz liest Peppa und Schorsch eine Gute-Nacht-Geschichte vor Und so lebten der Prinz, die Prinzessin, der Sittich und der Frosch Glücklich und zufrieden für immer zusammen Ende Peppa und Schorsch sind bei der Gute-Nacht-Geschichte eingeschlafen Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen Schorsch ist wieder aufgewacht Schorsch, du freches Schweinchen, schlaf wieder ein Schorsch ist nicht mehr müde Schorsch, die Nacht ist zum Schlafen da, nicht zum Spielen Pst, ich kann dir eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen Es war einmal ein kleines Schweinchen Sein Name war Schorschi Wutz Er machte sich auf, um sein Glück zu suchen Bald kam er an einen großen Wald Gefällt dir die Geschichte, Schorsch? Mitten im großen Wald kam er an ein kleines Haus Und in diesem Haus fand er eine Schale Grießbrei Schorschi Wutz hatte großen Hunger Und so aß er alles auf Ham, ham, ham Aber als er gerade fertig war, kam Baby Bär herein Er sagte, oh, hast du meinen Zauberbrei gegessen? Schorschi sagte, ja Baby Bär sagte, das war Zauberbrei Von dem wirst du ganz groß werden Und dann fing Schorschi Wutz an zu wachsen Er wuchs und er wuchs und er wuchs Bis er größer war als alle Bäume im Wald Untertitelung des ZDF für funk, 2017